Ich lerne Deutsch. Gerade Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Betont, dass die Person erst vor kurzem oder vor wenigen Augenblicken nach Hause gekommen ist. Gerade als ich gehen wollte, fing es an zu regnen. Betont, dass etwas genau in dem Moment passierte, als die Person gehen wollte. Ich arbeite gerade an einem neuen Projekt. Betont, dass die Person im aktuellen Moment an einem neuen Projekt arbeitet. Gerade jetzt brauchen wir deine Hilfe. Betont, dass die Hilfe der Person im aktuellen Moment besonders dringend benötigt wird. Ich habe gerade keine Zeit. Ich habe gerade keine Zeit. Betont, dass die Person im aktuellen Moment keine Zeit hat. Gerade dieser Punkt ist wichtig. Betont, dass dieser spezielle Punkt besonders wichtig ist, im Gegensatz zu anderen Punkten. Sie hat gerade genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Betont, dass die Person genau die benötigte Menge Geld hat, aber nicht mehr. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.